Digitales Diktieren kann Ihren Dokumentenerstellungsprozess enorm beschleunigen. Wie? Ganz einfach. Das digitale Diktiergerät ist intuitiv bedienbar. Sie können Ihre Diktate wie gewohnt sowohl unterwegs als auch am Arbeitsplatz aufnehmen. Allerdings sparen Sie ohne Kassette beim Übertragen und Erstellen des Dokuments enorm viel Zeit. Verbinden Sie Ihr Diktiergerät mit Ihrem PC. Am einfachsten geht das, indem Sie es in die dazugehörige Dockingstation stellen. Ihr Diktat wird so in Sekundenschnelle und ganz automatisch auf den Rechner Ihres Sekretariats übertragen. Im Eingangskorb Ihrer Schreibkraft erscheint die neue Datei. Dank der Software hat sie alle eingehenden Diktate genau im Überblick. Sie hört sich Ihr Diktat an und erstellt zeitgleich das Dokument. Und da die Klangqualität der digitalen Aufnahme besonders gut ist, versteht sie Ihre Aufnahme auf Anhieb. Oder Ihre Schreibkraft schickt das Diktat an eine Spracherkennung, um das Dokument noch schneller zu erstellen. Und was passiert danach? Nun speichert Ihre Schreibkraft das fertige Dokument ab und bringt es auf den Weg. So einfach sparen Sie also Zeit und Geld. Und genauso einfach wie hier mit einem Autor und einem Schreibplatz funktioniert digitales Diktieren auch in großen Organisationen mit ganz vielen Autoren und Schreibpools. Von der kleinen Kanzlei bis hin zu großen Klinikverbünden und Ministerien bauen Kunden zu Recht auf unsere langjährige Expertise und unsere innovativen Produkte. Was digitales Diktieren noch alles kann und wie Sie es optimal nutzen, dazu beraten wir Sie gerne. Übrigens, wenn Sie von analogem auf digitales Diktieren umsteigen, können Sie Ihr Grundig-Zubehör wie Kopfhörer und Fußschalter einfach weiter benutzen.